Tagesdosis Die Hydra des Kapitalismus Ein Kommentar von Joao Romero Hermeto Tragödien wie Heiner Müllers Theaterstück Die Hydra oder unlängst der Spielfilm Joker stellen soziale Desintegration als Fiktion dar. Längst sind solche Vorstellungen ökonomische und gesellschaftliche Realität geworden, während der freie Kapitalismus selbst zur Fiktion verkommt. Anhand künstlerischer, journalistischer und sozialwissenschaftlicher Beispiele wirft der Autor Licht auf die gegenwärtigen kapitalistischen Produktionsverhältnisse. Derart ausgeleuchtet taucht eine Praxis auf, die sich drastisch von dem unterscheidet, was uns täglich versprochen wird. Das Monster Hydra Sollte es eine griechische Erzählung darstellen, dachte ich mir, als ich neulich das Theaterstück Die Hydra in den Kammerspielen in Bochum sah. Wenn der Text des Dramatikers Heiner Müller einen Prozess erörtert, in dem die Herakles-Suche nach dem Monster Hydra tatsächlich einen Weg zu sich selbst, nämlich zu seinem Verhältnis zur Welt, darstellt, ist das Prosa-Stück in seiner modernen Inszenierung durchaus treu der griechischen Auffassung geblieben. Dennoch ging sie weit über das klassische Verständnis hinaus, weil der Weg zu sich selbst bzw. das Verhältnis zur Welt in der Gegenwart ein eigentümliches Verhältnis ist. Dies ist keine idealistische, subjektive, ahistorische, kontextlose Erkenntnis der Welt, sondern konkrete Gegebenheit der immanenten faktischen Objektivität. Georgi Lukasch beschreibt die ontologische Priorität des Seins über das Bewusstsein wie folgt. Zitat Zitat Ende Das Theaterstück verweist einerseits auf das Anhäufen der Sachen, der Waren, des Besitztums. Andererseits entsteht eine soziale Disruption durch die Entgesellschaftung, die Atomisierung und das Verfallen in der Nichtigkeit des Einzelnen, aber keineswegs des Individuums, das nur durch die und innerhalb der Gesellschaft existieren kann, und Stummheit. Das Gespräch wird zum Monolog. Die Gemeinde erscheint als die Summe vereinsamter Wesen, ein Purgatorium, ein Fegefeuer, seelenloser Seelen. Joker, der Anarcho-Clown Dann fiel es mir ein. Fünf Tage zuvor hatte ich den Film Joker gesehen. Das, was wahrscheinlich viele Zuschauer als eine Art Fiktion betrachten, ist unterdessen unter den aktuellen gesellschaftlichen Bedingungen fast eine Dokumentation der gegenwärtig bürgerlichen Gesellschaft. Die vollkommene Negation der Politik durch die vollendende Gestalt des Kapitalismus als ein Ungeheuer, einem Krebsgeschwür gleich, dessen einzige Moral es ist, an sich und in sich unaufhörlich, hemmungslos zur Unendlichkeit zu wachsen. Aber nicht für sich. Es hat keinen Willen, bewegt sich wie ein Automat. Kapitalistische Anarchie der Linken und der Rechten Der klassisch-politische Links-Rechts-Unterschied existiert nicht mehr, sondern bloß ein Anarcho-Medaillon. Auf der einen Seite lehnt die kapitalistische Klasse als Besitzer der Produktionsmittel alles Politische ab, mit ihrer neoliberalen Lehre der individuellen Geschichte. Nicht bloß ein Paradox, sondern eine ontologische Unmöglichkeit. Und der ständigen Negation des Gesellschaftlichen, wo alles sich durch den Zufall des sogenannten freien Markts selbst organisiert und ergibt, wo die belobte Individualität in der Praxis verschwindet, wie bei dem heideggerischen Mann. Ein leeres, durchschnittliches, amorphisches Sein. Die perfekte Negation des Politischen. Auf der anderen Seite erfolgt die restlose Zerstückelung der Nicht-Eigentümer der Produktionsmittel sowie die Umwandlung ihrer gemeinsamen Interessen in angebliche Privatinteressen, sowohl durch die Konsumpolitik, wegen des ständigen Einhämmerns des Neoliberalismus ins menschliche Hirn, als auch durch die Identitätspolitik. Der von mir genannte soziale Neoliberalismus, wo das subjektive Interesse hypostasierend eine Gesamtheit darstellt, als ob die Summe der Teile eine Gesamtheit im Sinne einer Gesellschaft bilden könnte. Es ist so abstrus wie der Gedanke, dass das Hirn wichtiger als das Herz sei, das Herz als die Lungen, die Lungen als das Blut, das Blut als die Leber etc. etc. Der Körper ist eine Gesamtheit verschiedener Elemente, die als einzelne Teile nur eine Relevanz besitzen können, wenn sie von vornherein im Zusammenhang mit der Gesamtheit stehen. Wie der Körper ein Ökosystem ist, so ist es die Gesellschaft. Entmonopolisierung des staatlichen Gewaltmonopols Der Joker ist die Verwirklichung des American Psycho. Wo der Letztere bloß von Ermordung träumte, um seinem dissonanten Alltag zu entkommen, vollzieht der Erstere den billigen Mord, die bedenkenlose Gewalt, um sich rücksichtslos von dem massiven Druck einer oppressiven Gesellschaft zu befreien, eher im Sinne einer Katharsis, nicht einer Aufhebung seiner Unterdrückungsquelle. Das Mittel, die Strategie und dementsprechend auch die Taktik, den Kontext, die anderen etc. berücksichtigt der Täter nicht, weil er selbst eine karikierte Form des Opfers ist und weder Verantwortung für sich bzw. für seine eigenen Handlungen noch für seine Verhältnisse und Beziehungen übernimmt. Die Entstehung von Batman, dessen Milliardärseltern infolge anarchistischer Umwälzungen ermordet worden waren, erscheint als die Reaktion des Reichen in demselben Kontext. Batman sieht sich als der Gerechtigkeitskämpfer, handelt aber so willkürlich wie diejenigen, gegen die er als Judge, Jury, Executioner kämpft. Obwohl im Diskurs die bürgerliche Gesellschaft auf dem Rechtsstaat, Rule of Law, beruht, erreichen und bewahren diejenigen den kapitalistischen Erfolg, die den Rechtsstaat nicht berücksichtigen. Man braucht sich bloß in der Wirklichkeit die meisten großen Unternehmen und Unternehmer anzusehen, um dies nachzuweisen. Doch auch in den fiktiven Geschichten künstlerischer Ausarbeitungen kehrt das Motiv immer wieder. So zum Beispiel im Film Nightcrawler. Dort verstößt Louis Bloom, um seine Karriere aufzublasen, gegen jedes journalistische Prinzip, gegen die bürgerlichen Gesetze und begeht selbst verschiedene Verbrechen, um Nachrichten großartiger zu machen, um sich selbst als einen ausgezeichneten Journalisten zu vermarkten. Wesentlich ist ihm sein Karriereaufstieg. Jeder, der eine minimale Ahnung von Geopolitik hat, weiß, dass Journalisten, Journalisten im Allgemeinen, das heißt nicht jeder Journalist als Einzelner, dieser Praxis täglich frönen, um illegale Kriege als Gerechtigkeitskampf zu begründen, um einen kommerziellen Gegner als einen kriegerischen Feind zu bezeichnen, um Müll als notwendige Produkte fürs menschliche Leben zu verkaufen, und so weiter und so fort. Altgriechische Tragödie der Gegenwart Gewollt oder ungewollt, bewusst oder unbewusst, trägt das Theaterstück Die Hydra eine kraftvolle Botschaft gegen die kapitalistische Gesellschaft. Ähnlich wie Goethes Faust, wo sein wissbegieriger Impetus keine Grenze findet, wo seine Vollendung auch seine Negation darstellt, indem er in seiner Endlichkeit nach dem Unendlichen zielt, wo er den Versuch macht, die immanente Beweglichkeit des Wissens in Stillstand zu bringen. Es ist nicht übertrieben, die Parallele mit der Kritik Marx zu ziehen. Subjektive und objektive Verkehrung der bürgerlichen Gesellschaft Karl Marx betont sowohl die subjektiven Aspekte dieses Prozesses, die Entfremdung als die Negation des Selbst, der eigenen Praxis, Arbeit, des Produkts dieser Praxis und der Gesellschaft, in dem der Nexus zwischen Individuum und Gesellschaft aufgehoben worden ist, und den Fetischismus als die Verzauberung, die metaphysischen Eigenschaften der Sachen, als ob sie eine eigene Subjektivität besäßen und dadurch eine Selbstständigkeit hätten. Im Kapital bestehen diese psychologischen Widersprüche darin, dass sie durch eine reelle Basis ermöglicht werden. Deswegen weist Marx auch auf die objektiven Aspekte hin. Das Kapital, ein gesellschaftliches Verhältnis, ist nichts anderes als die praktische Negation des Selbst durch seine Preisgabe und dementsprechend Aneignung von einem anderen, wegen der subjektiven und objektiven Not, wegen des Imperativs der gesellschaftlich vorhandenen Machtverhältnisse. Es ist ein ausbeuterisches Verhältnis, in dem sich der eine das nicht bezahlte Produkt eines anderen aneignet und aneignen muss, um Kapitalist zu sein, akkumuliert und wieder überschießt, um diesen Prozess zu wiederholen. Daher stellt das Kapital eine anscheinend ewige unersättliche Kette der Ausbeutung dar, bei der auf der einen Seite die Arbeit die Quelle des Werts und daher des Mehrwerts ist, aber auf der anderen Seite die Natur der Quelle den Arbeitsbedingungen entspricht. Der Verfall des US-amerikanischen Imperiums Die Störung in den Vereinigten Staaten, die wichtigste kapitalistische Gesellschaft der Welt, wird in dem herausragenden Buch von Chris Hedges Titel America, the Farewell Tour festgehalten. Neben seinen krassen journalistischen Begegnungen mit US-Amerikanern legt Hedges die tiefsten Eingeweide einer verfallenden Kultur frei. Das Buch enthüllt die politischen, wirtschaftlichen und psychologischen Tendenzen, nämlich die historische Bewegung, Verschiebung, die hinter diesen einzigartigen Ereignissen stehen. Erstens, eine ewige Kriegswirtschaft. Zweitens, eine kapitalistische Gesellschaft, die am besten als Unternehmens- oder Staatssozialismus beschrieben werden kann. Kapitalismus für kleine Unternehmen sowie 99% aller Individuen und Staatssozialismus für die großen Unternehmen und die wohlhabenden Top 1%. Drittens, Debors Spektakel, das Realität und Diskurs ablöst und viertens, ein totalitärer Unternehmensstaat. Dies und mehr sind die Symptome einer zerfallenden Gesellschaft, die eine, Zitat, kollektive Psychose, Zitat Ende, verewigt. Die Verzweiflung ist auf ein beispielloses Maß angewachsen. Zitat, rund 44.193 Amerikaner begehen jedes Jahr Selbstmord und weitere 1,1 Millionen Amerikaner versuchen jährlich Selbstmord. Zitat Ende. Entindividualisierung des Individuums und seine Nichtigkeit. Die aktuelle Suche nach dem Monster draußen verweist auf das Monster des Selbst, seine Leerheit bzw. Inhaltslosigkeit, seine Verantwortungslosigkeit. Das sogenannte Individuum wird mit der Entfaltung kapitalistischer Verhältnisse anomisch, zum vollendeten Mann, das vollständige Nichts. Oder wie Emil Durkheim schrieb, Zitat, eine Anomie ergibt sich tatsächlich aus dem Mangel an kollektiven Kräften an bestimmten Punkten in der Gesellschaft. Zitat Ende. Und Louis Cosa kommentiert, Zitat, Durkheim war davon überzeugt, dass ohne stabile soziale Bindungen, ohne soziale Solidarität, Individualismus zum Verfall der Gesellschaft führen würde. Zitat Ende. Die Joker und die Hydra-Darstellungen sind deshalb zugleich Ausdruck unserer gesellschaftlichen Desintegration.